Hallo und willkommen zusammen, der Sheriff hier. Heute bin ich mal in eigener Sache unterwegs, hab schon länger überlegt, dieses Video zu machen und zwar bin ich jetzt bei Patreon. In einem Satz ausgedrückt ist Patreon eine Art Crowdfunding-Plattform für Leute, die irgendeine Art von Kunst im Internet hauptsächlich machen, seien es Bilder, Texte, Podcasts oder letztendlich auch Videos. Und bevor jetzt irgendeiner in Panik ausbricht, dass meine Videos hinter irgendeiner Paywall verschwinden oder so, alles bleibt, wie es ist. Das heißt, meine Videos verschwinden nicht hinter irgendeiner Paywall, denn Patreon ist keine Premium-Plattform, wie das zum Beispiel Wessel ist. Aber lasst mich in aller Ruhe erklären, was Patreon ganz genau ist, solltet ihr das noch nicht kennen. Ich persönlich zum Beispiel unterstütze drei, vier YouTube-Kanäle, die ich gerne sehe und einen Podcast, den ich gerne höre. Also, Patreon funktioniert dabei so ähnlich wie ein freiwilliges Abo-Modell. Man spendet entweder monatlich oder pro veröffentlichter Episode einen bestimmten Betrag. Den Betrag, den man da spendet, der ist frei wählbar. Da ich persönlich mehrere Projekte unterstütze, also vier, fünf, gebe ich für jedes einzelne Projekt einen einzelnen Euro. Ein einzelner Euro ist nicht viel für mich, unterstützt dabei aber den Künstler 10.000 Mal mehr als jede Werbeeinnahme, die durch YouTube entstehen könnte. Und dabei kann ich dann als ruhigen Gewissen meinen Adblocker weiter benutzen, denn wir alle wissen, wie nervig die Werbung ist. Als Anreiz, einen bestimmten Betrag pro Monat zu spendieren, gibt es kleine Boni häufig, wie zum Beispiel Wallpaper oder früherer Zugriff auf bestimmte Inhalte oder Bonus-Inhalte, wie zum Beispiel Outtakes. Was die Boni genau sind, das liegt ganz genau beim Künstler, das kann er halt selber entscheiden. Die Spende lässt sich dabei einfach monatlich kündigen, falls man das nicht mehr möchte. Man hängt also nicht in irgendeinem Jahresabo fest oder sonst was. Sollte ich also zum Beispiel den Podcast nicht mehr hören wollen oder ich finde einfach, die Qualität hat abgenommen oder so, würde ich einfach nur die Spende zurückziehen und dann wäre es das gewesen. Man hängt also nicht in irgendeinem Vertrag fest oder sowas. Nun, wie gesagt, meinen Kanal habe ich nun auch bei Patreon angemeldet. Warum, fragt ihr euch vielleicht. Wie sicher einige von euch wissen, betreibe ich YouTube als Hobby, also nebenbei. Die Art der Videos, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, wie zum Beispiel den Jet, Heli, Guide und die Klassentutorials, aber auch zum Beispiel die How-to-Dogfight-Serie für Warthunder, waren sehr, sehr zeitintensiv und der Aufwand lohnt sich für eine Plattform wie YouTube ja eigentlich nicht. Ich brauchte dabei für jede Minute Tutorial, die auf YouTube zu sehen war, etwa 30 bis 60 Minuten bei der Bearbeitung. Intelligenter wäre es da gewesen, Videos zu machen, die so 5 bis 15 Minuten lang sind, was ich aber erklärtechnisch für die Sachen, die ich so erkläre, ziemlicher Blödsinn finde. Wie soll man denn komplexe Zusammenhänge in 5 Minuten erklären? Aus meiner Sicht geht das nur schwer. Die schaut man sich dann an und meistens hinterher wurde man ganz gut unterhalten, nur wirklich weitergekommen ist man da nicht. Patreon soll mich einfach in Zeiten von den kaum vorhandenen Werbeeinnahmen finanziell ein bisschen absichern und als allererstes meine Ausgaben senken, idealerweise später mal decken und vielleicht auch mal über langfristigeren Zeitraum auch mal ein Upgrade von meiner Hardware ermöglichen. Ein neues Mikro oder eine gute Kamera, um zum Beispiel meine Hand-Auge-Koordinationen beim Rumfliegen in Battlefield besser zeigen zu können, zum Beispiel. Aktuell verdiene ich nämlich nicht mit YouTube, sondern ich lege ganz gut drauf. Zumindest unterm Strich ein Plus-Minus-Null-Geschäft wäre für mich ein großer Anfang. Den Link zu meiner Patreon-Page ist in der Beschreibung und als YouTube-Card irgendwo in den Ecken des Bildschirms zu finden. Schaut es euch mal an und wenn ihr unterstützen mögt, freue ich mich darüber sehr und wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Ich freue mich ja schon darüber, wenn die Videos geschaut werden und wenn kommentiert wird. Der Rest ist wirklich Bonus. Wie gesagt, ich habe es lange, lange Zeit nun als Verlustgeschäft betrieben. Allerdings, wenn ihr Schüler oder Student seid, dann denkt gar nicht erst darüber nach, irgendwas hier zu spenden oder zu geben. Ich weiß, wie knapp das Geld in der Zeit sein kann. Hebt lieber am Wochenende für mich ein Bierchen oder eine Milch mit und erzählt euren Kumpels, wie toll ihr nun Fliegen, Fahren, Schießen könnt. Und noch einmal, an den Videos oder wann sie erscheinen, ändert sich rein gar nichts. Die erscheinen wie gewöhnlich auf YouTube, wie gehabt. Der Nicht-Patreon bemerkt absolut nada. Ich hoffe, das Ganze wird so aufgenommen, wie ich es gemeint habe. Den Support, den ihr dann da gebt, der wird mich weiter antreiben, auch für zukünftige Games hochwertige Videos zu machen und vor allem qualitative Guides zu machen. Ich bedanke mich da für euer Vertrauen, für euren Support. Das war es aber für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, ciao.